servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem nächsten video auf meinem kanal eigentlich wollte ich neues sagen aber wir haben heute ein super super süßes und cooles video wie ich finde oder ein cooles thema und zwar patch 10.1.5 dürfte glaube ich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen also wenn blizzard bei dem bisherigen veröffentlichungsrhythmus bleibt könnte es nächsten monat schon soweit sein beziehungsweise anfang juli wahrscheinlich so in dem dreh dementsprechend gibt es immer mehr einblicke in die neuen inhalte und heute widmen wir uns dem thema pets und begleiter und so weiter und so fort auch da hat blizzard ordentlich zugelegt es wird jede menge neue pets und so weiter geben und ganz ehrlich ich bin fan von richtig süßen pets auch wenn die jetzt nicht für mich den größten nutzen haben aber sie sehen toll aus und wir bekommen eine wagenladung von baby pets ist das nicht geil ich würde sagen ja und dementsprechend gucken wir uns jetzt die ganzen neuerungen einfach mal an also es sind wenn wir hier durchgehen ziemlich ziemlich viele verhältnismäßig los geht es gut das ist jetzt tatsächlich kein baby pet palibrius sondern das ist ein buch wenn ihr bücher süß findet alles gut dann habe ich nichts gesagt aber ich denke das ist jetzt nicht das spektakulärste die pets die ich jetzt als erstes zeige gibt es über diese neuen zeitrisse das ist ja eine neue art von content in patch 10.1.5 wo es währungen gibt da könnt ihr euch dann sachen kaufen die mounts hatten wir uns schon mal so ein bisschen angeschaut und das sind jetzt halt die pets wie viel die kosten und so weiter das steht noch nicht fest aber als nächstes haben wir prinzessin workin strazer und das finde ich schon ziemlich ziemlich süß leider lassen sich die bilder hier jetzt gerade nicht vergrößern ich könnte so ranzoomen dann seht ihr es ja so ist besser finde ich echt ziemlich ziemlich süß und natürlich wer den namen geguckt hat oder dem gelauscht hat es ist eine mischung aus diesen workins also dem reittier der draktür und alex strazer da kommt dieser rötliche ton her und ich glaube das ist ein krönchen oben auf dem kopf also das hat schon mal was als nächstes gibt es einen kleinen bären somnius heißt der das ist jetzt nicht das super spektakulärste aber trotzdem süß und vielleicht für den ein oder anderen von euch eine alternative wenn ihr sagt okay ich finde hier kleinen ursock super süß ja ich weiß die haben unterschiedliche models beziehungsweise dieser kleinen ursock ist sehr angelehnt an diese droiden bären form über die artefaktwaffe und ursock halt aber nichtsdestotrotz kleiner süßer bär und hier nochmal ein kleiner süßer bär wenn ihr sagt der gefällt mir auch und ich will nicht 10 euro im shop ausgeben ist das denke ich eine sehr sehr gute alternative dann gibt es eine neue art von dailies und zwar war das ja glaube ich eine welblings aufzuchtstation sowas in die richtung also wo ihr euch um kleine drachen kümmern müsst um diese aufzuziehen und auch darüber wird es pets geben wir haben als erstes positris und wer hätte es gedacht das lehnt sich natürlich an an die verschiedenen drachenschwärme also grün blau rot und so weiter und so fort hier haben wir einen drachen des blauen drachenschwärms dann haben wir zalethgos einen des blauen drachenschwärms also erst grün dann blau tatsächlich haben die beide glaube ich eins zu eins dasselbe model nur die farbtöne sind anders dementsprechend wird sich da jetzt nicht so viel verändern als nächstes zusa dormu bronzener drachenschwarm ebenfalls sehr sehr süß ich finde die augen irgendwie niedlich von denen wenn man so von vorne drauf guckt sehen die schon so ein bisschen doof aus irgendwie also halt im süßen sinne von doof und dann zu guter letzt wird es höchstwahrscheinlich auch noch einen für den grünen ach ne grün haben wir ja schon für den roten und für den schwarzen drachenschwarm geben da wurde allerdings bislang noch nichts entdeckt also wenn ihr euch im kommenden patch mit jeder menge baby pads ausstatten wollt oder wenn ihr sammler seid von sehr sehr süßen pads ist das eure große chance wir bleiben auf jeden fall dran das feature selbst werden wir dann natürlich auch vorstellen mit diesen time rifts wenn die da sind dementsprechend lasst ihr gerne ein abo da wenn ihr da in zukunft nichts verpassen wollt und mir hilft das ganze sehr sehr weiter in sachen reichweite für euch kostet es nix also vielen vielen dank an der stelle und damit entlasse ich euch in den abend ich wünsche euch noch eine wunderbare zeit bis zum nächsten video und rein gehauen und da haben wir sich mit der